Ich muss sagen, oder habe oft die Erfahrung gemacht, dass das Arbeiten mit der Robbe viel präziser war als mit manchen Kollegen. Aber man kann es ja, das ist wirklich, dass sowas wie Hallo Robby begegnet einem wirklich nur einmal im Leben, würde ich sagen, so eine tolle Serie, weil ich auch sehr, sehr gerne mit Tieren arbeite. Und ich glaube, das sieht man auch.